Aktion, Hannes! Das Action hast du wirklich gemacht, das fühl ich gut. Willst du was kaufen? Was hast du gesagt? Können wir fast nichts leisten. Haben. He he, gut, dass diese roten Buchos endlich weg sind. Aber nun, jetzt kann der Zug der Mysterien losfahren. Ja, mysteriös. Nächster hat der Friedhof? Auf zum Friedhof! Ist das noch kindertorglich mit den Sergen? Ich weiß es nicht. Ich fühle es irgendwie witzig. Ja. Womach zu lang? Was ist zu? Ich frage mich auch wann und wo das endet. Wo möchtest du lang? Rechts müsstest du durch zum Stern gehen. Wieso helfe ich dir, weil ich kein Geld zu gerne habe? Er kann so lange laufen, bis er auf was trifft, wo die roten Buchs sind wahrscheinlich. Mhm. Das heißt, er könnte einmal kundenheit über die Karte laufen, um zum roten Stern zu gelangen. Ah, muss ich. Wenn du... Achso. Wo möchtest du hin? Dann hat sich die super richtig gelohnt. Zu mir? Du bist am liebsten dran, ne? Ne, ich meine, wenn ist am liebsten dran. Ich glaube, ich bin am weißen weg. Gute Wahl, Hannes. Gute Wahl. Gute Wahl. Gute Wahl. So, warte mal Action. Guten Tag. Äh, hallo. Guten Weg. Yoshi. Sagen ab, wir träumen. Äh. Im Zweifelsfall druckst du einfach mal R, um die Karte zu gucken. Oder so. Hm, hm. Ja, und Theobi? Ja, Theobi würdest du noch unten, ja. Ja, aber ich glaube, den linken Weg kannst du nur wählen, wenn ich dich überhole. Weil wenn du da langläufst, werden die Wuhus wieder aktiv, dann kommst du nämlich nicht durch. Ich glaube, rund um alles richtig, ja. Schmutz. Muss ich dann auch nehmen. Aha. So, Rabu ist pleite, das ist sehr gut. Was darf es dann sein? Du hast zwei Minipilze oder einen Ding? Er wird Zeit schinden. Du bist so winzig. Du kannst jetzt, wo du climbst, oben lang. Bringt mir nix. Na, da ihr kein Geld hätte eine letzte Woche bedrehen können, wäre jetzt nicht ganz verkehrt gewesen. Auf die Fresse, jeder gegen jeden. Muhu. Schleimt zu hoffen. Abgestempelt. Stempel, wo immer du kannst. Sollte kein Spieler mehr als 5% der Fläche gestempelt haben, gilt das als unentschieden. Richtung einer mit dem Stick und A zum Springen. Hältst du A länger gedrückt, kannst du weiterspringen. Toll. Also wenn jemand am Weg ist, ja? Einfach drüber wegspringen. Und mit draufspringen. Na dann. Kinder, wenn ihr euch da drüben nicht gegenseitig behindert, ey. Ja komm, Mario, wir müssen da drüber, das geht's nicht. Ja, machen wir das halt mal. Hau ab! Je. Ab! Oh, Pitro! Das müsste pink sein, oder? Doch. Doch nicht den gewinnen lassen, der schon die meisten Sterne hat, Mann. Sterne hat. Die hat 1 Sterne. 1 Sterne. Das gibt doch gar keinen Sinn. Das ist Mario-artig. Das gibt generell keinen Sinn. Du hast gar nicht weiß, was da noch passiert, oder? An nur eins. Was? Big Buu erscheint in 2 Minuten? Das kann nichts Gutes sein. Ich hab auch keine Ahnung. Das ist was Gutes für mich. Ja. Ja. Ich muss noch unten lang. Äh. Ja, klar. Hallo. Eintascha. Äh. Ich brauch 50 Münzen, so ein Mist. Münzen spielen. Ja, tut mir leid, aber es lohnt sich bei dir am meisten. Das finde ich nicht okay. Das ist sehr funklar, ne? Es tut mir leid, aber bin der andere, ich kriege ich raus. So, ich gönne dir genau ein. Ich gönne dir ein. Alles, wenn ich mir in die Münzen stehen würde. Dann könnte ich mir gleich nicht in die Münzen stehen lassen. Das gibt's doch nicht. Zeitschmel. Dann würde ich mir gleich in die Münzen stehen lassen. Was solls Rad rücken? Dann würde ich weniger Münzen, Klausandra. Schön, dass du dich von Banners ablenken lassen lassen. Bitte schön. Danke. Ich hab dich auch gern. Ein Traum. Ungewinnigen Geistes, erraten wir dich. Plünder macht Spaß. Ja, sieh eh nicht. Goll. Ich muss auch noch mal hin. Jetzt hab ich 50. Yoshi. Ja, dann Klaus Rad von mir wieder zurück. Das ist wahrscheinlich mehr als 25. Das ist doch toll. Du musst aber auch nicht. Soll ich ihm den Controller wegnehmen? Nein. Hallo. Aber er passt jetzt ja. Ich muss auch noch ausrasten, ja. Nein, da ist er. Ja. Nee, Mario war schon gut. Ich muss noch mal drücken. Ja, 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 ja. 30 münzen weg 20 das ist okay habe ich fünf plus gemacht ich bin auch plus minus null geht doch jetzt ist das der nachteil wenn ich dann auch noch direkt hinter dir laufe ja das ist ein nachteil ja natürlich mein vorteil aber ich glaube das könnte sich irgendwann auch wieder geben ja ja 1 den nächsten jahr dankeschön ja alle fresse auf bett nie nicht lucky das wieder so mieten ist das an die acht doppelt dann ja so oder dreifach nie einfach achten schweiz der kran hat schuld also wenn es jetzt nicht klappt der kran hat holt ich sag wenn der kran der kran nein du bist der kran ein spieler muss mit einem kran die anderen drei fangen werden sie versuchen den kran auszuweichen war ja drücken zum ausfahren a loslassen zum absenken passiert und automatisch wir einfach uns nicht bewegen erwischt so ein scheigei kostet die zeit das team sollte sich in der nähe von scheigeis aufhalten klingt machbar ja doch hier kommen alles mensch was machst du denn 30 mal zusammen ja wie lange geht das mini spiel eine minute schade schade Ja, Sandra, Sandra, Sandra! So, jetzt einmal noch ausweichen, ich laufe, ich darf nicht davon abkommen. Was? Wie schnell ist denn das? Mir habt ihr es zu verdanken, Kinder. Der Kran ist schuld. Und weil ich jetzt gesteht habe, du bist der Kran, also du bist schuld. Hä? Dank mir kriegen wir alle 30 Münzen. Hast du gut gemacht. Danke. Was haltet ihr, warte mal, wo du drückst? Was haltet ihr vor kurz Pausen machen? Ja. So, Hannes, hau rein! Ja, wir haben jetzt Pause gemacht, anderthalb Stunden, weil wir eine Pizza vorbereitet haben. Kann sein. Möchte auf die Bombe weggehen? Oder unten lang für ein anderes Feld, was war das nochmal? Zu einem hin. Hä? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube ja. Du kannst nur nach vorne kommen jetzt. Was? Ich lebt mir jetzt noch ein bisschen zu mir, ne? Ja. Jetzt ist er bei jedem einmal gelandet. Nee, gar nicht wahr. Bei dir noch nicht, ne? Ne. So, äh, ich brauche nochmal eine Karte hier. Da ist der Stern. Da bist du. Das. Da. 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 Da kommt noch... Ja, okay. Versuchen wir was noch. Das ist eine ziemlich hohe Zahl. So, jetzt. Schöne vier. Zweimal zwei oder sowas. Was war ein Pass nochmal? Vielleicht klappt sie auch. Damn! So, Action! Was? Ja. Sie haben die Sachen schon mal ein. Wie, überaus erfreulich. Yay! Sie müssen extra. Super. So viel. Ich darf nicht schocken. Und ich krieg neun. Maxi Fels würde. Sechs war doch echt scheiße. Yes! Yes! Yeah! Jetzt wird er drüben. Oh, ich bin am dransten. Yeah! Brin hier hauen. Moment. Eine Eins. Ne, es wird eine Drei. Dein erstes Item? Mhm. Nicht eine Kroche. Und direkt den Maxi gewollt. Das ist noch zu schön. Ein grüner Pilz für grünes Vieh. Du musst drücken. Ja, habe ich gerade gesehen. Jetzt musst du drücken. Ich weiß. Du hast schon gemacht. Wie macht man das eigentlich ein Pils aus? Wie drücken? Das spricht ein bisschen Auto. Damit man dich hört. Gut. 1, 2, 3. Wir stellen auf Grün. Das heißt, wir werden zufällig ausgewürfelt, ne? Aha. Sandra, streng ich diesmal an. So. Soviel zum Thema Grün. Navigiere das gut als erster aus der Höhle. Oh Gott. A und B gleichzeitig für vorwärts. A, rechtes Ruder. B, linkes Ruder. Das rechte Ruder lässt sich nach links, das linke nach rechts fahren. Weiche auf den Flammen aus. Action! Es kann nur nach hinten losgehen. Wahrscheinlich. Was sind denn da die Flammen? Werden wir finden. Okay. Action! 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 Nee! 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 Jetzt Action! Mit beiden! Mit beiden! Ich drücke beide! B! 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 Mach ihn doch! Scheiße noch! Nein! Schneller! 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 Action! Mehr ab! Mach nicht so'n Scheiß! Geh Gas! Geh Gas! Geh Gas! Scheiß auf die Flammen! Geh Gas! Schnell! Schnell! Stopp! Action! Action! Yes! Hau rein! Hau rein! Ich kann nicht schneller! Ich hab nicht dran! Finiisht! Oh, au! Scheiße! Und jetzt stützt die Hülle ein! Was war ein Traum mit dir? Soba auf Flapras! Soba auf Flapras! Immer wieder eine Freude! Oh! Und ich war die Ruhe selbst! Total! Weiter! So, Mann, es ist rein! Was dreht ihr da? Das wusste ich auch gerne! Ja! Wasser! Ah! Er wollte gerade den verbotenen Knopf drücken! Aha! Den da! Das kann er lösen! So! Hörst du dich nochmal? Oh! Eins! Oh! Hannes! Bam! Oh, was ist das denn? Yes! Minus C~! Ja, bei mir! Bei dir? Ja, bei mir! Das hack mein! Ja, auch wie gemein! Shopping, bulbs Daycare! Nein! 71 Kröten! Was warst du denn mit dem Geld? IKiterine mit dem Geld! all die mich also kinder ist alles gut machen ein heim für fische ich hoffe nicht das ist das ist was ich glaube nicht so für den tank mit ausreichend wasser die tipp daran schwingen waren alle tasten so wie die knöpfe in der angezeigten reihenfolge meinetwegen ihr auch alle tasten in der angezeigten reihenfolge wenn ihr dran seid der einzige spieler muss ruhe bewahren das team muss gut zusammenarbeiten um die knöpfe richtig zu drücken was ist denn eltern was ist er einfach lieber links und rechts also die vier und die jo ich glaube es ist eine gruppe richtig beschissene spiel hier das schlimme ist wenn ihr das verkackert dann also so schlecht waren wir gar nicht ja das sehe ich anders geil ich bin fisch können wir schon mal von vorne anfangen ja bitte was jetzt weiß ich auch welches ist y und welches ist x zwei von den drei eimern oh oh ja